ja hallo zusammen einen kurzen status zu meiner gefühlslage also ich habe hier gerade einen wunderschönen picknickplatz gefunden eigentlich ein badeplatz hier ich zeige euch das mal hier so sieht das aus baden ist aber hier irgendwie nicht in weil ist wahrscheinlich auch zu kalt wir haben im schatten flauschige 13 grad und da ist baden nicht so toll ja das ist auch so ein bisschen was mir auf den senkel geht hier es ist nicht wirklich warm und irgendwie vermisse ich doch die sonne und den süden und gar nicht so leicht ja und dann hier nur mit dem pelz unterwegs manchmal auch nicht so leicht aber wir lassen uns nicht entmutigen mal gucken sonne scheint ja solange es nicht regnet könnte immer schlimmer gehen machen wir natürlich noch weiter am wochenende machen wir uns auf richtung stockholm und werden da einen guten freund treffen und dann werden wir ein bisschen relaxen noch und ein bisschen schwuppeln und uns ist einfach ein bisschen gut gehen lassen bis dahin den pelz gibt es natürlich auch der liegt da hinten und er genießt auch die sonne in dem sinne bis später tschüss vom badeplatz hier weg geht es übrigens so ab geht's ab geht's Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020